Hallihallo Hallöhle liebe YouTube Gemeinde und herzlich willkommen zu einem kurzfristigen Vlog, denn wir haben einen kurzfristigen Trip nach Berlin geplant. Also los geht's mit der Saar auf Reisen. Vlog 4. Ein kurzer Trip nach Berlin. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, wir waren gerade in Körperwelten hier in Berlin in der Ausstellung und drin filmen durfte ich leider nicht, aber es war sehr informativ und interessant auf jeden Fall und es hat sich keiner übergeben. Jetzt werden wir noch ein bisschen weiter Berlin erkunden oder nach dem suchen, was wir schon kennen. Wir sind in der Ausstellung. Wir sind in der Ausstellung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind erstmal wieder zu Hause von unserem kurzen Trip. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Vlog gefallen. Wenn das so ist, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, abonniert mich doch ganz schnell. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Tschüssi!